So... Also im Großen und... Im Großen und... Ich mach gerade diese Evaluation, Schatz. Äh, Entschuldigung. Also... Im Großen... Evaluation... Diese Rückmeldung zum Homeschooling. Äh, ja. Also... Ich mach auch diese Evaluation, Schatz. Ich komm dann gleich schauen. Weil das wichtig ist, da geht's um die Schule. Sonst geh halt schnell. Warum ich? Ja, ich war jetzt gerade mitten im Satz hier. Entschuldigung, Sie wissen ja wahrscheinlich, wie das manchmal so ist. Also, um auf Ihre Frage zurückzukommen. Im Großen und... Toll, Hase, dann macht doch jetzt gleich noch Nummer 3. Im Großen und... Nummer 3, hi, im Arbeitsheft. Er sagt, du hättest gesagt, es geht auch ohne Linear. Ach, kannst du das nicht mit ihm regeln? Ja, ich weiß ja nicht, was ihr vereinbart habt. Aber ich doch bei... Also... Wie meine Frau eben schon gesagt hat. Im Großen und... Toll, Mäuschen, ich schaue es mir gleich an. Und... Entschuldigung. Ach, da muss ich leider ran. Das ist... Irina, du musst wieder übernehmen. Frankfurt ruft an. Sekunde noch. Hast du schon alles erzählt? Ich war bei... Und? Ja, also, ähm, im Großen und... Ist nicht schlimm, Hase, ich mach das gleich weg. Im Großen... Aber nicht durchlaufen, ja? Nicht durchlaufen, hast du verstanden? Ich mach das gleich weg. Und... Entschuldigung, geht ganz schnell, aber die müssen das jetzt wissen. Kann ich morgen um halb 10? Sekunde, bitte. Äh... Ich hab um viertel vor elf, reicht das? Ich frag nach. Hallo? Nein! Ja, weil wir das anders vereinbart hatten. Ja, Schatz, wieso soll man denn etwas vereinbaren, wenn man sich da nicht dran hält? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Lenkt doch mal selber drüber nach, hm? Und... Ich weiß, Schatz. Und... Ich weiß, Schatz. Und... Ich weiß, Schatz! Viertel vor elf reicht. Du, Hanna hat schon wieder... Kannst du das mal bitte wegmachen? Ich bin hier gerade mittendrin. Ist nicht schlimm, Mäuschen, ich mach das gleich weg. Also, ähm, im Großen... Aber nicht durchlaufen, ja? Und... Nein, du hattest schon genug Bildschirm heute. Und... Ja, dann geh doch mal raus an die frische Luft. Geh doch mal raus an die frische Luft. Ach, Mäuschen, ich hatte doch gesagt, nicht durchlaufen. Zieh die mal aus. Also, im Großen und... Die Sockenhase, du sollst die Socken ausziehen. Was? Nein, nicht du. Geh doch mal raus an die frische Luft jetzt. Also. Ich koche gleich was. Wir sind hier sofort fertig. Im Großen und nur die Sockenhase. Zieh den Rest wieder an. Nudeln. Und mach dann mal Nummer drei noch schnell fertig. Das muss um fünf Uhr abgeschickt sein. Ich dachte um sieben. Hä? Nee, ist doch Dienstag. Aber doch nicht heute. Was? Nicht? Ich dachte gestern war heute. Oder war das gestern? Hase, war das heute oder Dienstag? Im Teams stand Morgen, aber doch nicht um fünf. Nee, nee, Mathe ist Nummer drei. Englisch war gestern. Englisch? Wir hatten doch gesagt Nudeln. Ach, Quatsch. Frankfurt. Frankfurt war Nudeln. Äh. Nudeln war Frankfurt. Hase, Socken. Also, im Großen... Ach, dann geh doch bitte auch gleich noch mit dem Hund. Och, Hase. Ja, mit dem Hund halt, mit Dingens, mit... Sag mal schnell, wie der Hund heißt. Welcher Hund? Na, unser Hund. Wir haben keinen Hund. Irina? Also, im Großen... Ich mach's gleich weg, Mäuschen. Ich mach's gleich weg, Mäuschen. Homeschooling. Take me to the woodland. Push me up a high tree. Take me to the woodland. Push me up a high tree. Homeschooling.